Der Spinosaurus kehrt in Jurassic World Rebirth zurück und ja, diese Aussage ist bisher immer nur ein Gerücht gewesen. Wir haben uns mit der Thematik hier auf dem Kanal schon unfassbar häufig befasst und uns Gedanken darüber gemacht, wie der Spinosaurus in diesem neuen Film erneut auftauchen könnte, ob er vielleicht sogar ein neues Design bekommt, da wir ja auch parallel zu diesem angeblichen Leak, zu diesem Gerücht auch in der App Jurassic World Alive ein neues Spinosaurus-Design vorgestellt bekommen haben. Und ja, besagter Leak hat eben damals den Spinosaurus für den neuen Jurassic World Rebirth Film angekündigt. Das Besondere an der ganzen Nummer ist gewesen, dass bisher jeder einzelne Leak von dieser Person eingetroffen ist. Einfach alles, sei es die Virus-Thematik, sei es die Tatsache, dass unsere Helden Dino-DNS von einer Insel beschaffen müssen oder auch die ganze Storyline mit der Familie auf dem Segelschiff, das alles wissen wir jetzt ja durch die offizielle Plot-Synopsis, wird im Film wirklich vorkommen. Allerdings hatte die Person auch von vornherein den Spinosaurus angekündigt und von dem haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Einfach auch, weil wir generell wenig bis gar keine animatronischen Dinosaurier gesehen haben, weshalb man davon ausgehen kann, dass die wohl auch großteils hier mit CGI dargestellt werden. Darum soll es aber hier in diesem Video nicht gehen. Nein, wir sprechen jetzt darüber, dass wir jetzt genau heute scheinbar die Ankündigung bekommen haben, dass der Spinosaurus zurückkehrt. Unter anderem haben uns, wie soll es anders sein, Spielzeuge, eine Rückkehr vom Spinosaurus angekündigt, plus eben noch der Paläontologe Philipp Broussette, wird da glaube ich ausgesprochen, Dr. Steven Broussette. Wie komme ich denn auf Philipp? Das ist der leitende Paläontologe am Set, der beratend zur Seite steht. Der hat sich zu diesen Actionfiguren ebenfalls geäußert und das sind alles sehr interessante Aussagen. Wir können jetzt nach diesem Video wohl davon ausgehen, ja, der Spinosaurus ist mehr oder weniger bestätigt, worum genau es hier geht und was diese Figuren uns verraten, das erfahrt ihr jetzt hier in diesem Video. Legen wir also los, viel Spaß. Eine Rückkehr des Spinosaurus verbinden viele von uns irgendwie, naja, auch gleichzeitig mit einem Kampf Spinosaurus gegen T-Rex, quasi einem Rematch, denn viele von euch da draußen sind der Meinung, dass sie mit dem Ausgang aus Jurassic Park 3 nicht wirklich zufrieden sind und ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn du jemand bist, der sagt, okay, der T-Rex ist mein Lieblingsdinosaurier und auf einmal kommt dann ein Spinosaurus an und killt den einfach mal locker weg. Und irgendwie hat ja auch schon Jurassic World seit dem allerersten Film versucht, genau diesen Fans des T-Rex irgendwie die nötige Vergeltung zu schenken. Ich meine, im allerersten Jurassic World Film sehen wir ja, wie der T-Rex durch das Spinosaurus-Skelett hindurch prescht, was irgendwie relativ unbefriedigend war, weil ich meine, der Spinosaurus hier in diesem Film war einfach nur ein Skelett und war demnach ja schon tot. In Jurassic Park 2 wollte man dann ebenfalls den Spinosaurus in einen Kampf mit dem T-Rex, also in diesem Fall hier mit Rexy, verwickeln und Rexy diesen Kampf auch gewinnen lassen. Die ganze Szene hätte ursprünglich zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs auf der Isla Nubla stattfinden sollen. Die haben wir aber so allerdings nie erhalten. Stattdessen haben wir gesehen, wie ein Karnotaurus gegen, es war glaube ich ein Nasuto-Theratops, steinigt mich bitte nicht, wenn es nicht stimmt, gekämpft hat und das sollte eigentlich der Kampf sein, T-Rex gegen Spinosaurus. Sogar in Jurassic World Dominion war der Spinosaurus von Anfang an eigentlich mit eingeplant gewesen. Wir wissen zwar noch nicht genau, in welcher Szene und wo, aber auch das wurde inzwischen bestätigt und den haben wir auch nicht gesehen. Von daher macht es irgendwie Sinn, dass man jetzt sagt, okay, alle guten Dinge sind vier, im vierten Jurassic World Film bekommt ihr endlich ein Comeback des Spinosaurus. Und es wurde ja von vornherein eine Storyline geleakt, die unter anderem einen Kampf, also ein Rematch zwischen einem T-Rex und einem Spinosaurus hervorgebracht hätte. Ja, dieser Kampf wäre laut diesem Leak diesmal sogar zugunsten des T-Rex ausgefallen. Allerdings war das einer der allerersten Leaks und der ist mit der Zeit im Internet so ein bisschen verschwommen. Allerdings haben nicht nur ich, sondern auch US-amerikanische, italienische und auch französische Jurassic-YouTuber immer weiter daran festgehalten, dass der Spinosaurus doch nochmal einen Auftritt in Jurassic World Rebirth bekommt. Warum? Das habe ich ja vorhin erzählt, weil alle anderen Leaks dieser Person bisher ja auch gestimmt haben. Allerdings hatten wir nichts, was uns beweisen konnte, dass der Spinosaurus jetzt hier wirklich handfest im Film mit dabei ist. Jetzt haben wir allerdings drei Figuren zum Film Jurassic World Rebirth geleakt bekommen. Und das sind die drei Figuren hier, auf denen wir zum einen sehen können einen grünen Tyrannosaurus Rex, einen blauen Ankylosaurus und, na sieh mal da, einen Spinosaurus. Wenn wir uns die Füße mal unten anschauen, können wir das Produktionsjahr 2024 angucken. Das heißt, diese Figuren sind relativ frisch jetzt in Produktion geraten und werden inzwischen ebenfalls offiziell bestätigt, im Jahr 2025 dann auch in den Läden zu kaufen sein. Anscheinend gab es da wohl auch schon ein paar Figuren, die wohl auf Ebay rumgegangen sind. Ich habe da mal reingeschaut, nur aus Interesse. Ich hätte sie mir jetzt nicht selber zugelegt, weil die wahrscheinlich dann sehr teuer wären und ebenfalls auch nicht gerade wirklich schön sind. Aber ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden. Macht aber auch gar nichts, denn hier geht es ja erstmal nur darum, was uns hier angekündigt wurde. Und man kann natürlich jetzt auch so weit gehen und sagen, ja gut, der Spinosaurus ist als Actionfigur mit dabei. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, der Spinosaurus war auch als Actionfigur mit dabei in einem Jurassic World Set. War es zu Jurassic World Dominion sogar gewesen oder sogar zu Jurassic World Fallen Kingdom? In irgendeinem Set gab es auf jeden Fall den Spinosaurus auch schon mal. Ebenfalls gibt es schon, seit es Jurassic Park gibt, immer wieder Dinosaurierfiguren zu bestimmten Filmen, die einfach im Film selber überhaupt nicht vorgekommen sind. Als Beispiel, es gab zum allerersten Jurassic Park Film einen Terranodon oder ein Set mit Alan Grant und einem Terranodon, wo wir ja aber auch inzwischen wissen, die Terranodon kamen im Film überhaupt nicht vor. Also was lässt die Internet-YouTube-Jurassic-Welt jetzt wirklich davon ausgehen, dass der Spinosaurus hiermit trotz allem bestätigt ist? Naja, es geht um eine Aussage vom eben gerade auch genannten Paläontologen, der dem Film ja beratend zur Seite steht. Und der liebe Dr. Stephen Proust-Satte, ich bleibe glaube ich einfach bei Stephen, hat von vornherein so ein paar Sachen in Richtung Dinosaurier gestreut. Zum einen hat er bereits bestätigt, wir werden auf jeden Fall keine 100% akkuraten Dinosaurier bekommen, das heißt wir werden keine Dinosaurier sehen, wie wir sie aus der Apple TV Plus Serie Prehistoric Planet kennen. Es werden weiterhin Filmmonster bleiben und ja, das heißt wir könnten möglicherweise trotz allem Dinosaurier sehen, die ja vom Biosyn Valley auch als 100% genetisch rein klassifiziert wurden. Das heißt wir werden 100% echte Dinosaurier im Jurassic-Universum sehen, aber sie werden trotz allem weiterhin wie Filmmonster gehandhabt. Und hierbei wurde sich sogar auf den allerersten Jurassic Park Film bezogen, denn auch hier seien die Saurier mehr Filmmonster als echte Dinosaurier gewesen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ja, das stimmt auch. Ich meine die Velociraptoren waren ultra schlau, konnten Türen öffnen und haben sich schon so ein bisschen wie Aliens angefühlt. Der Dilophosaurus hatte einfach einen Kragen und konnte Gift spucken. Das waren natürlich alle Sachen, die für diesen Film dazu gedichtet wurden. Und erneut hat sich der liebe Steven zu Wort gemeldet, was diese Figuren hier angeht. Und ich werde den Satz hier unten gerade mal einblenden, den er selber auf Twitter bzw. X gepostet hat. Denn hier wurde auf das Design des Ankylosaurus angespielt, der ja komplett in blau ist. Ich meine der Spinosaurus könnte in dieser Farbvariante auftauchen, ebenfalls ein grüner T-Rex, den hatten wir zuvor auch schon mal gesehen, in Jurassic Park 3. Jetzt allerdings hier noch so ein blauer Ankylosaurus. Und hier ist eben dann die Frage aufgeflackert, ob wir hier wirklich blaue Ankylosaurus zu Gesicht bekommen und ob das schon irgendetwas in Richtung Genmanipulation sein konnte. Und der liebe Steve hat darauf geantwortet. Und zwar sagte er, ich werde es hier unten wie gesagt mal einblenden, dass diese Dinosaurier im Film nicht genauso aussehen werden, wie hier im Spielzeug. Das heißt, er geht darauf ein, die werden im Film anders aussehen. Die werden nicht genauso aussehen. Demnach also, ja, wahrscheinlich einfach auch kein blauer Ankylosaurus. Und natürlich nimmt man genau diese Aussage jetzt zum Anlass, um zu sagen, okay, damit hat er den Spinosaurus offiziell bestätigt. Und ich würde sogar so weit gehen, dass das möglicherweise gar nicht mal gewollt gewesen ist und dass das irgendwie so rausgerutscht ist, mehr oder weniger. Aber die Aussage, macht euch keine Sorgen, die werden im Film nicht so aussehen. Sagt mir auch irgendwie, dass er damit so indirekt bestätigt hat, dass diese drei Dinosaurier im Film auftauchen werden und dass damit auch der Spinosaurus mehr oder weniger bestätigt ist. Und was ich hierbei noch sehr interessant finde und auch irgendwie mich so ein bisschen entlastet von dem Gedanken, okay, bekommen wir jetzt hier vielleicht echt ein Design vom Spinosaurus geliefert, das auch mir überhaupt nicht gefällt. Denn ich meine, wir haben jetzt seit 2001 auf der großen Leinwand in den Realverfilmungen keinen Spinosaurus mehr in einem Jurassic-Film gesehen. Deswegen will ich dann doch auf Nummer sicher gehen, wenn der wirklich auftauchen muss, dass er mir irgendwie auch gefällt. Und naja, wir haben ja schon über das Design aus Jurassic World Alive gesprochen, wo auf einmal dieser vierbeinige, kaulquappenmäßige Spinosaurus geliegt wurde. Und ich fand ihn jetzt nicht so verkehrt, aber ich habe auch eure Reaktionen da drauf noch im Hinterkopf. Ihr wart davon nicht ganz so begeistert. Wenn wir uns das Spielzeug jetzt hier allerdings mal ansehen und davon ausgehen, dass das wirklich stimmt, dass dieses Spielzeug hier jetzt tatsächlich den Spinosaurus bestätigt hat, ich sage nicht, dass es so ist, ich sage nur, wenn das hier wirklich der Beweis sein sollte, dann können wir uns doch eigentlich darauf freuen. Denn der Spinosaurus hier sieht tatsächlich wieder so ähnlich aus wie der in Jurassic Park 3. Zumindest sehen wir hier einen Spinosaurus, der tatsächlich wieder auf zwei Beinen läuft und eben nicht auf vier Beinen, wie manche akkurate Spinosaurier-Varianten ja dargestellt werden. Und er sieht auch von der gesamten Struktur, sieht er nicht so aus wie der Spinosaurus aus Jurassic World Alive, der kaulquappenartige. Man könnte sich jetzt hier auf diesen merkwürdigen Über-biss fokussieren und darauf irgendwie festbeißen, dass man das irgendwie blöd findet. Aber wie gesagt, das wurde ja bereits bestätigt, dass die Saurier im Film nicht genauso aussehen werden wie die. Was eben einfach bedeutet, dass die Farben anders sein können. Die werden logischerweise auch keine gelb leuchtenden Augen haben. Und ich meine auch mich zu erinnern, dass der Leak damals behauptet hat, dass der T-Rex in Jurassic World Rebirth nicht grün sein sollte, sondern irgendwie rot-orange. Ich weiß aber nicht mehr, ob das von derselben Person gekommen ist, wie die, die bisher mit allen Leaks recht hatte. Auf jeden Fall sieht diese Spinosaurus-Design hier dann doch nahezu komplett wieder so aus wie der Spinosaurus, den wir aus Jurassic Park 3 gekannt haben. Jetzt könnt ihr mir wie immer eure Meinung dazu in die Kommentare unten reinschreiben. Seid ihr der Meinung, ja, okay, jetzt brauchen wir nur noch als nächstes in dem kommenden Trailer noch ein Bild vom Spinosaurus und dann haben wir wirklich alles gesehen, was wir brauchen, um jetzt endlich tief durchzuatmen? Oder sagt ihr im Moment, ich bin davon noch nicht so ganz überzeugt, weil es ist immer noch nur ein Spielzeug und seine Aussage kann sich auch einfach generell auf alle Figuren beziehen, dass die eben nicht in der Farbgebung erscheinen, wie sie jetzt hier dargestellt sind. Was aber auch nicht bestätigen muss, dass es genau die sind, die im Film vorkommen. War das zu verwirrend? Ihr werdet auf jeden Fall wissen, was ich meine. Schreibt mir eure Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschau tschau.